Ich habe das so trainiert, ich habe es nicht mehr nötig. Ich habe das nicht mehr gemerkt. Nicht sicher, ja? Trotzdem ein paar kleine Probleme. Ich habe aber nicht so schlecht gemacht. Wir sind auch klein. Ich war schnell, optisch war ich nicht schön gefahren, aber schnell war ich, furchtbar schnell. Furchtbar, hab ich gemeint. Nein, nein, ich bin ganz schön, dass auch die Autorinnen kommen. Du, auf einmal fangst du mal zum Reisen nach. Hey, ich bin ganz spannend. Wir waren nicht da unten. Wir sind da oben. Einmal aufstanden. Einmal aufstanden. 2, 2, 2, 2, 5. Oh, der Kuchen. Hä? Lässt du dir noch? Ah, fertig. 2, 3. 2, 3. Nein. ein paar sagens zu dann. Ah, okay. Wie geht's? Ja, ja. Wenn's los geht... Berend muss Kaffee! Ja, na... Ja, aber ich... So, in dem... Aber wo kann Kopfhäuser? In der? Ja, wo kann Kopfhäuser? Ja, mir vor. Jocken, Kaffee. Togen, ich bin halt. Morgen! Morgen, Stefan! Ich bin echt gut. Ich werde zu Hause, zu Hause. Guten Morgen! Und, bist fit? Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Ich bin entzückt. Ich bin auch halb so offen. Ja, wo das überhaupt so sein wird. Ja, ja. Tasse! Hast du eine Hand geschnitten? Ja. Was? Ich habe kein Schampio abstehen. Was? Ich habe kein Schampio abstehen. Ja, Ups, Ups, Ups. Du hast auch wieder zu blacken. Ah, Cesare! Ja. Ich hab keine Schäuser georten, ich hab keine Schäuser gebeten. Ne, ich habe keine Schäuser georten. Ja, nein. Ich habe keine Säuser georten. Ja. Ich habe keine Schäuser georten. Auch das war wirklich. Nein. Aber die Schäuser... Was ist das wichtig? Ja! Ja, ich bin ja! Was ließ ich heute? Im Ausgang, dass du zitterst, ne? Hey! So schön bin ich auch wieder nicht, du! Ist gut! Komm runter! Jetzt bringe ich eine Sage noch. Hey, ich will jetzt drüben! Ja? Nein, jetzt bin ich drüben! Ja? Nein, auf einmal! Dann komm ich einfach los! Die standen immer nur auf der Bibel, da war es nicht schassend, da war es nicht so. Hier? Guck mal an die Forellen, Daniel. Guck mal an die Forellen raus. Guck mal an die Forellen raus. Und dann draufspritzen und ganz einfach kalt zu sitzen. So das kann man machen. Aber draufspritzen und du nimmst, weil es drauf ist viel aus. Naja, aber... Wie der Osterberg. Entweder gerade scheu, oder sonst noch nicht. Und dann kann man es auch nehmen. So, das wisst wie es ist, gell? Ja, auch mit. ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.